Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT-Tweak. Heute noch einmal über Multimonitor Setup und zwar von meinem Streaming Rechner aus. Sie sehen das Ganze hier, wir haben zwei Monitore, einen rechten und einen linken Monitor und ich möchte Ihnen heute gerne zeigen, wie Sie Multimonitor Setups richtig einstellen und wie Sie an die Einstellung rangehen, was zu beachten ist. Und wir fangen damit jetzt mal an und switchen einmal auf den rechten Monitor. Hier klicken wir jetzt irgendwo auf einen freien Bereich, gehen auf Anzeigeeinstellungen und hier oben sehen wir schon Monitor 1 und Monitor 2. Die kann man jetzt umschalten, je nachdem welchen Monitor Sie angeklickt haben. Für den Monitor können Sie dann die Einstellung vornehmen. Falls Sie nicht genau wissen, welcher Monitor welcher ist, hier einfach auf Identifizieren klicken und Sie bekommen unten angezeigt, welcher Monitor der erste und welcher Monitor der zweite ist. Im Normalfall geht man immer davon aus, dass Monitor 1 der Hauptmonitor ist. Hier soll im Prinzip alles erstmal geöffnet werden und kann von dort aus dann verteilt werden. Und um das Ganze hier nochmal auf dem kleinen Feld hier richtig anzuordnen, da kann man die einzelnen Monitore hier mit der Maus einfach anklicken, dann entweder da drüber ziehen, dann hat man ein Monitor Setup, wo der Monitor über dem anderen Monitor steht oder einfach rechts oder links daneben. Und das Ganze geht natürlich auch für unten drunter. Im Prinzip können Sie den Monitor dahin stellen, wo er sich eigentlich befindet. Das Ganze ist wichtig, weil Windows selber weiß natürlich nicht, wie Sie die Monitore auf Ihrem Tisch angeordnet haben. Wenn Sie den Monitor zum Beispiel jetzt rechts daneben haben, aber auf dem Bild hier das Ganze links angeordnet haben, dann versuchen Sie immer nach rechts mit der Maus zu gehen. Aber der Monitor ist natürlich nicht vorhanden, weil Windows denkt, er steht links davon, aber eigentlich steht er auf Ihrem Schreibtisch rechts davon. Das zur Positionierung. Als zweites haben wir dann wieder den ersten Monitor hier aktiv und hier erstmal natürlich grundlegende Einstellungen, die Bildschirmauflösung hier auf das Höchste oder auf das, was Sie halt haben möchten, einstellen. Das zweite Wichtige finden wir unten bei Erweiterte Anzeigeeinstellungen. Hier haben wir die Aktualisierungsrate oder Bildfrequenz auch in Hertz angegeben. Hier auch einmal die höchste Herzrate einstellen, die Ihr Monitor zur Verfügung hat, weil standardmäßig steht das Ganze meistens auf 60 Hertz. Hier sehen Sie übrigens noch mal den Monitor, welchen Sie gerade aktiviert haben. Und das Ganze kann man natürlich auch für den zweiten Monitor einstellen. Hier einfach auf Anzeige 2 gehen. Dann kann man hier die Herzrate einstellen. Der Monitor hat jetzt zum Beispiel maximal 74 Hertz. Und wenn Sie die beiden Herzzahlen eingestellt haben, dann einfach wieder zurück. Das Ganze dann für den Monitor 2 nochmal. Die Herzzahl haben wir ja schon eingestellt. Hier nochmal die Bildschirmauflösung wählen. Der Monitor links von mir schafft zum Beispiel nur eine HD-Auflösung. Der andere schafft WQHD. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Definition des Hauptbildschirms. Dazu klicken wir einmal auf den ersten Monitor. Und dann hier unten haben wir diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden. Das heißt, wenn Sie hier den Haken reinsetzen, werden dort erstmal primär alle Anwendungen, Apps und Einstellungen zum Beispiel, wie wir es jetzt hier sehen, auf dem primären Monitor, also auf dem Monitor 1 angezeigt. Und von dort aus lässt sich das Ganze dann verteilen. Ein wichtiger Punkt ist hier unten mehrere Bildschirme. Hier lassen sich zum Beispiel Anzeigen einstellen, dass dieser Bildschirm hier dupliziert wird. Das heißt, Sie erhalten eine exakte Kopie auf dem zweiten Monitor. Oder dass Sie den Bildschirm hier erweitern können. Das heißt, Sie bekommen auf dem zweiten Monitor einen leeren Desktop, den Sie im Prinzip gestalten können, wie Sie möchten. Programme draufschieben und so weiter. Dann noch zwei Optionen, bei dem jeweils nur ein Bildschirm aktiv ist. Das heißt, wenn Sie jetzt hier auf nur eins Anzeigen stellen, dann ist primär nur der erste Bildschirm aktiv. Der zweite wird nicht mehr benutzt. Das gleiche gilt für, wenn Sie auf nur zwei stellen, dann wird nur der zweite Monitor benutzt und der erste quasi ignoriert. Das waren jetzt so ziemlich alle grundlegenden Einstellungen, wie Sie ein Multi-Monitor Setup einrichten können. Falls Sie noch was vergessen haben sollten, schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Und ich werde mich bemühen, das Ganze schnellstmöglich zu beantworten. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn Ihnen die Anleitung gefallen oder geholfen hat, dann einmal den Daumen nach oben anklicken. Sie können IT-Tweak auch unterstützen, indem Sie den Kanal hier einfach abonnieren. Suchen Sie auch gerne die Internetseite www.ittweak.de. Dort finden Sie weitere Anleitungen aus dem gesamten IT-Bereich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.